halloa und einen wunderschönen herzlichen guten morgen von meiner seite aus ja wir sind ein snapshot weiter wir sind mittlerweile im snapshot 20w07a vom netherupdate und es hat sich wohl schon einiges geändert aber was ich heute auf jeden fall noch machen wollen würde ist definitiv ein lager wo ich wirklich alle meine sachen dann vernünftig unterbringen kann genauso gut ich dass sie gerne alles ein bisschen umbauen das heißt wir werden heute auf jeden fall ein bisschen umbauarbeiten machen ich werde mal gucken wie ich das ganze mache ich glaube ich werde gleich noch mein account wieder aufholen das rausholen und dann den berg eben ab dass ich dann hier halt auch noch was hier bauen kann und dann wollen wir mal schauen dass wir das ganze dann schön machen können weil ich würde den schon gerne mehr oder weniger irgendwo in der nähe haben ich werde nicht alles von dem becher bauen ich denke mal so bis zu dem punkt hier ist das glaube ich ganz gut ja und dann werden wir mal schauen wie wir dann hier weiter kommen können dafür brauche ich auf jeden fall eine schaufel das steht schon mal definitiv dafür brauche ich ein diamant okay so okay ich muss noch gucken dass ich generell noch eine kürzfrau ich weiß aber noch nicht genau wo die zuckerrohr farm bzw die bambus farm habe ich in der letzten folge sind besser nach der letzten folge dann noch ende gebaut als ich das nicht gesehen habe könnte das daran liegen dass die letzte folge ein teil von der double feature war und nur sichtbar ist wenn ihr die folge 6.1 komplett ende geschaut habt dann kommt ihr auch auf diese folge weil die nicht gliss ist das möchte ich nur noch mal kurz bescheid sagen nicht dass ihr euch dann wundert warum auf einer sachen hier fertig sind und ihr wisst nicht wie das passiert ist und dinge und die sache ist halt einfach ein double feature deswegen weil es sehr viel bildmaterial gehabt was ich verwerten heute noch bevor die 1.7 rauskommt und ja dementsprechend gab es gestern auch kein video dann weil gestern war der update tag aber ich konnte abends halt nicht auf nämlich die man mal morgens auf auch dann auch direkt alles fertig dementsprechend ja wenn wir dann heute jetzt ein snapshot weiter und wir gucken dann mal wie das ganze funktioniert und was dann hier los ist würde einfach mal sagen ja auch zu labern und fangen einfach mal an zu buddeln und wir sehen uns dann gleich wieder so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben jetzt schon einiges je weggebaut, wie man sehen kann. Ich würde sagen, ich fange jetzt erstmal an, nochmal ein bisschen Holz nebenbei abzubasteln. Da könnt ihr auch gerne mitkommen und euch das angucken. Und dann fangen wir an, hier ein Haus auseinanderzunehmen. Ich habe mir gerade nochmal eine Diamantspitzhacke gemacht, weil die andere fast Fratze ist. Ich würde die eigentlich gerne noch behalten. Ich muss auch nochmal gucken, ich hätte meine ich irgendwo noch ein Ho rumfliegen. Und es wird definitiv Zeit, dass wir das hier sortieren. Wir müssen auch gucken, dass wir irgendwie mehr oder weniger so schnell wie möglich an eine Goldfarm drankommen. Und wir brauchen für den Nether mittlerweile auch eine Goldrüstung, damit wir da ein bisschen sicherer durch die Gegend uns bewegen können. Also nochmal, die neuen Monsterchen ist... Achso. Soll. Und? Kommst du automatisch hoch, oder? Okay, thanks. Sehr gut. Jetzt muss ich es sich wieder irgendwie runterkriegen, ne? Okay. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So. Das hat noch nicht funktioniert, aber es wird gleich funktionieren, wenn noch mal ein Zuckerrohr wächst. Okay, so, also, ähm... Nehmen wir aber nämlich gerade nicht mit. Die Ho wollte ich mitnehmen, genau. Ähm, hier muss ich den... ... abmachen. Aber so viele Kartoffeln, ist das lecker. So, ähm, okay. Und hier... ... hier... ... hier... ... 64 Weizen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ich bin da ein bisschen Heu basteln, ne? Das ist verdammt viel. Verdammt viel. So. 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 Der Rest wird dann, äh... ... Weizen. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Okay, 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 okay. So. So. Und hin. Dahin. Hier hin. Wird's schon wieder dunkel? Das sieht so aus, wenn's schon wieder dunkel wird. Das ist ja kaum voll. Ne, ne, nicht runterschmeißen. Auch hier. Hier so. Okay. Wir gucken mal. Und den Rest packen wir jetzt einfach mal hier rein. Weil... ... machen wir sowieso nicht. Ganz ehrlich. Und dann kriegen wir wenigstens was da raus. Ich glaub, es wird grad wirklich wieder dunkel, ne? Das ist ja grauenvoll. Das ist ja echt grauenvoll. Das hätt ich nicht gedacht. Und das war's das so schnell wieder dunkel. Ist ja nur... Eben hab ich das Gefühl, früher wurde's nicht so schnell dunkel. Ja, grauenvoll. So. Ähm. Okay. Dann haben wir jetzt wieder Tag. Das ist ja wunderschön. Dann kann ich jetzt hier noch die restlichen... ... Weizenkörner verballern. Ähm. Ja. Schnell, schnell, schnell. Okay. So. Mal 8 Knochenmehl. Das ist ja schon mal was, oder? Das ist doch schon mal was. Die Kartoffeln können wir, glaub ich, so lange schon mal unten in den Öfen packen. Damit die dann schon mal hier wegsäcken können. Und Weizen packe ich einfach mal so lange hier unten rein. Ne, Weizen packe ich nicht hier unten rein. Weizen packe ich bei kleinen Schafen hin. Wenn ich die dann gleich gefüttert habe. Ich glaube, das ist besser. Das ist nicht so. Dankeschön. Ähm. Das geht hier. Macht alle Babys. Oh. Okay. Jetzt kommen wir langsam an was. Okay. Also, wie gesagt, ich gehe jetzt erstmal gucken, dass ich irgendwo, äh, Wald finde, den ich abholzen kann. Und dann, äh, ja, sehen wir uns dann gleich da wieder, äh, wenn ich dann halt ein bisschen, äh, Holz mir einfangen gehe. Also, bis gleich. Und dann, äh, ja, sehen wir uns dann gleich. Und dann, äh, ja, sehen wir uns dann gleich. Und dann, äh, ja, sehen wir uns dann gleich. Und dann, äh, ja, sehen wir uns dann gleich. Und dann, äh, ja, sehen wir uns dann gleich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, da hat man sich einfach mal zwei Sachen zunutze gemacht und hat ein bisschen Holz eingesammelt und dann habe ich mir gedacht, wie geil das doch wäre, wenn die ganze Ebene hier mehr oder weniger ein riesengroßes Weizenfeld wäre, beziehungsweise generell ein Feld, wo halt noch Sachen angepflanzt werden und ich glaube, das ist gar nicht so doof Ich werde mich jetzt mal eben schnell auf den Weg zurück machen, weil es wird schon wieder dunkel Es wird einfach schon wieder dunkel What the fuck is going on? Genau Und das wird echt schnell dunkel Und Kartoffeln wachsen schnell Kartoffeln muss ich da auch anpflanzen, nicht nur Weizen Aber die werden wir da ein bisschen anders dahin packen In die Bädchen gehen So, wie man sehen kann Beim letzten Mal Wir werden auf jeden Fall schon ein bisschen Zuckerrohr jetzt bekommen haben Acht Stück genau zu sein Das ist gar nicht so doof, weil daraus können wir uns nämlich demnächst dann halt nochmal ein paar mehr Bücher machen Die wir dann hier rumhängen können, damit ich halt bessere Verzauberung machen kann Und dann können wir unsere Sachen vernünftig verzaubern So, wir sind ja stehen geblieben Bei diesem Berg Wo ich dann gucken wollte, wie ich das Ganze genau dann halt aushöhlen werde Und werde dann hier dann halt noch ein Häuschen draufbohren, was dann halt unser Lager werden soll Ja, und ich würde sagen Ich lasse mich davon gar nicht erst abhalten gerade Und fange damit einfach mal direkt an Ja, und ich würde sagen